Warte, wir sind doch hier! 3, 2, 3, 5! 3, 5, dann! Da ist die Ecke! Wir haben hier gerissen! Ja, da! Mensch, danke! Geil, ey, du! Schalt, Abschwenddienst! Schalt, er ziehe! Schalt, er ziehe du! Aber die Axtrecht ist reinigelb! Ist das so eine Vinalfarbe oder was? Ich muss mal die Brille reinnehmen, Wenn die wegfädeln. Warum soll ich jetzt flähen? Was ist da noch? Ja, ich wusste ja nicht. Ich stehe hier hoch in Wohnmobil vor. Ja, schnallt die Straße! Der Gast auch hier ist verfolgt. Ja, da oben ist er. Was ist denn noch? Ja, alle, alle! Was ist das denn? Ja! Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, da oben auf dem Berg. Jetzt sieht man es ordentlich. Da steilern hier oben. Und überall Bäume dazu. Wie die wachsen in Steinen. Nicht doch. Was? Wie die Fußball ist rum, oder was? Was? Mama, jetzt kommst du nicht! Nein! Ja! Und auch der Blitz an! Wir sind immer im Nationalpark. Höher! Höher! Jetzt! Höher! Das ist doch noch mal! Höher! Und da ist doch noch mal! Höher! 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 Ich soll die Gezülle abnehmen, dann fühle ich die Fote fest! Lächste Fote mit denen Seite. Wenn du den Wohnmobil hast, nach Schufröte, der hättest du von den Freiberg auf uns entfangen. Welcome to Lugaria. Let's be night hard. Ja, da ist so noch drin, der ist nicht schön. Der ist ein der Felser hier. Ich würde noch was rauskommen. Ja, die geht überall. Wir sind da ganz weg. Aber nicht gut. Das ist ein Bomber. Hier oben hat er es mehr. Ja, wir werden ihn gleich haben. Ja, vermutlich. Ja, der will aber ruhig überholen. Macht nicht.